Hallo Partner und herzlich Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 Ich dachte ich fang mal so an, vielleicht gehöre ich mir das an, vielleicht auch nicht So, guck mal da oben, haben wir eine Kasse Wir haben glaube ich 44,27 und das Camp hat 8,8$ um nichts zu fressen Keine Art 9 oder sonst nichts gutes Dann würde ich sagen, wir spenden mal ein bisschen was, ne? Wir tun hier mal was in den Topf rein Beitrag leisten Mh, wir können mal ein Gegenstand spenden Wir können... Mhm Spenden, achso wir können das spenden So eine goldene Tasche und davon haben wir noch eine Äh, hier spenden Eine Uhr Davon können wir auch eine spenden Die Ringe können wir auch spenden 5$, 3$, hier so ein Ring mit Emblem, hier haben wir rein So Guck mal hier alter, wir haben richtig was gespendet hier Ein bisschen Geld können wir eigentlich auch noch abgeben, oder? Wenn wir gerade dabei sind Äh, Geld Hier komm, wir haben ein bisschen was, wir können mal 4$ spenden, ne? Oder komm, wir machen 10 Reiner mit Zack Dankeschön So, da haben wir unseren Beitrag geleistet So, wir brauchen Essen, Trinken und Medikamente, wie mir scheint Gucken wir uns mal ein bisschen um Wir müssen jetzt nicht unbedingt mit jedem quatschen Ach, wir können bei jedem spenden Ok Sehniges Fleisch Sehniges Fleisch Aha Knorpeliges Fischfilet Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe Guck mal, davon haben wir 5 Ist eh voll Gut gemacht, Mr. Morgan Tierfett Tierfett So wie hier Sprungfeder Sprungfeder Hier komm, wir machen mal so Ist nichts wert Knorpeliges Fischfilet Kann zum Kochen genutzt werden Das ist alles, ich habe für mich Und Abgegangenes Wildfleisch Können wir auch einen reinwerfen Ok, es werden also immer die Sachen angezeigt Kleinwildfleisch mit Thymian Ok, wir haben Guten Job, Mr. Morgan Warte mal, Verbesserung Was können wir denn noch verbessern Ich bin sehr in mein kraftwerk, Mr. Morgan Ich bin sehr glücklich, dir etwas zu machen, wenn du mir die richtige Materialien bringst Tasche für Tunika Kaufe Lederbearbeitungswerkzeug Verbessere den Arzneiwagen Taschen für Zutaten Spinnung im Lager 50 Dollar Ok, wir brauchen auf alle Fälle Lederbearbeitungswerkzeug Alligatorschädel Alligatorschädel Pisen hat nicht alle benötigen Wir brauchen dafür Alligatorenhaut Und Widerschädel Hier haben wir Achtung, Ochsenfell Ok Johns Lagertische Wir können, glaube ich aktuell nichts machen, ne? Speisewagen Nö Nö Ich denke, ich muss meine Hande auf ein paar Materialien erst Mhm So, was sagt denn unsere Tasche eigentlich? Nahrungsmitteltechnisch sehen wir gut aus Ligo und Schuppen Amulett Verringert den Schaden, den du auf dem Pferd erleidest, dauert schon 10% Ein einzigartiger Gegenstand Halstuch Ein Lager Bietet dir einen Ort zum Erholen Dann wird das Oh, cool! Ist aber auch nur ein einzigartiger Gegenstand Kann man die denn Wiederverwenden? Ich hoffe Mhm Keine Ahnung, wo das hier kommt Ok, wir müssen auf alle Fälle Sachen kaufen Ok, verhehren können wir den auch Irgendwo hier können wir irgendwas machen Untersuchen Umdrehen Umdrehen Anzoom, ich kann es leider nicht sehen Schaddi Also wir brauchen Medizin Medizin Aber wie? Hm, wie verbessere ich den denn? Das ist ja der Medizinwagen, wie verbessere ich den? Gut zu sehen Anscheinend gar nicht Hm, sehr komisch Hacken, Feuerholz Ach, das können wir auch immer machen Warum nicht? Schaden kann es ja nicht, oder? Feuerholz ist immer gut gebraucht Gucken, ob das überhaupt irgendwas bringt oder ob wir uns jetzt hier nur kaputt machen Piersen Ich bin verletzt Willst du es gekocht oder nicht? Können wir so ein paar Scheide hier bauen Ich weiß gar nicht Wir können ja alle mal wegholzen Mal gucken, vielleicht kriegen wir dafür irgendwas Sind ja nicht viele Wir machen das mal eben Punkt, mein Magenknot So Der noch Und dann noch einer Na, dann sind wir keine Kraft mehr Das müsste der letzte sein Der hier liegt auf jeden Fall Und das war's Du kannst Ehre und Charakterwerte verbessern indem du alltägliche Aufgaben im Lager erledigst Die Bande wird diese Hilfe anerkennen Uh, nice Sehr gut Wäre auch schön, wenn das irgendwie angezeigt werden würde Was ist denn ihr Problem? Wie stehst du dich auf? Nicht sehr gut Entschuldigung Es wird irgendwann besser werden Okay, mit dem Schlachter haben wir gequatscht Wir haben nichts zu essen da Vielleicht muss ich mal mit Dutch reden Was hat er denn dafür? Ach, das ist unser Käpt'n Hyopi, ne? So, ich bin jetzt Du bist Arthur, oder? Mein Name ist kein Problem von deinem Ich bin Hunger Ich gebe dir nicht Schau, du siehst du wie ein decenter Mann hinterher Dann bist du nicht ein guter Charakter Ja, gut Wir lassen es da Okay, mit dem kann ich sonst nichts machen Das schmeckt so gut Ist das lustig für dich? Was denn? Ich mach doch gar nichts Ich gehe hier nur lang, Junge Darf ich hier nicht langläufen? Ich wohne hier immerhin Was willst du denn jetzt von mir? So, hier ist eine Kochstelle Ja nicht, aber auch nicht benötigt Doch jetzt hier Nehm, Schlüssel mit Eintopf Oh, sehr gut Wenn du dir einen Schlüssel mit Eintopf nimmst wirst du ein paar Tage warten müssen bevor du die nächste bekommst Ja, das ist ja nicht das Problem Wir haben ja Essen Da hauen sie sich auch direkt in den Hals rein Ja gut, dann mach Gibt direkt einen Boost, Alter Direkt einmal rumgeboostet Ach, die Karte blenden immer so schnell aus So, da ist unser Lager Da können wir uns auch rasieren Mehr haben wir hier nicht, ne? Wir brauchen, ne, da ist noch was anderes noch hinter Munition Also unser Wagen ist der Munitionswagen sehe ich das richtig Und dann haben wir hier Musik Können wir spielen Nein So, wir haben Feuerholz gemacht Ich weiß aber nicht, wie kann ich denn Munition spenden und wo Oh Okay, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll Ich rede mal mit Dutch Gucken, was der sagt Arthur Wie ist der Cigar? Nicht schlecht Aber manchmal mag ich eine Pippe Ich wollte einen, seit Jahren Ich habe den alten Einen in Blackwater Ich weiß Wenn ich einen finde Du kannst ihn Aber du bist ein Junge Herr Morgan Ich habe dich gut Ich bin nicht zu viel Freude in deinem Arbeit Ja cool, okay, also er möchte gerne eine Pfeife haben Das wird sicherlich kein großes Problem werden So, Feuer, Fernglas Und ansonsten können wir nichts großartig machen Irgendwo da hinten ist noch eine Mission Ich würde gerne das Lager ein bisschen aufbauen, ehrlich gesagt Setzen Ein neues Tag erwartet Alles gut Arthur? Alter, dein Ernst? Entwicke mal Hemmungen, Junge Ich setze mich hin und er lässt erstmal voll einen abfahren Stimme mit dir nicht So umziehen möchte ich mich ehrlich gesagt Ach nur Kann ich das denn? Das stimmt hier vorne an der Truhe, oder? Umziehen Ja, nun lassen wir's gucken was wir so haben Revolverheld, dieses Outfit ist gut für heiße Temperaturen geeignet Das haben wir gerade an Spielereigenes Outfit Revolverheld Sommer Winter Nuevo Paraiso Ne, sieht nicht gut aus Grizzlies Gesetzloser Durchschnittliche Temperaturen Nö Nö Oh Gott Schläger Und Grubion Acht von Elf Rebell Durchschnittliche Temperaturen Für heiße Unschuld Verfolger Verfolger auch nicht so schön Also Revolverheld geht glaube ich schon Ein von drei Outfits auf deinem Pferd Das ist auf meinem Pferd Das ist auf meinem Pferd Okay, dann würde ich gerne Und das hier auf Pferd Lagern Durchschnittlich Schläger Weiß ich nicht, passt irgendwie nicht Ich brauche ein Überfall Outfit auf jeden Fall Also das hier würde ich glaube ich Standardmäßig nehmen Das hier würde ich dann für Überfälle nehmen Mal nehmen wir das hier wieder runter Weil das ist ja quasi das Nur ohne Jacke Das hier könnte man nehmen Durchschnittlich Temperaturen Unschuld Sieht aus wie ein Bob mit eh Scheiße Temperaturen Und dann nehmen wir das hier noch Dabei sollten wir eins für durchschnittlich Winter und Sommer haben Eigentlich bräuchten wir vier Outfits auf dem Pferd Für Sommer, Winter, Durchschnitt Und ähm Ja Räubereien Aber wenn wir gerade in heißen Landen unterwegs sind Lassen wir das mal so Ey, warte mal, da war noch mehr, ne Kein Outfit für kaltes Wetter auf deinem Pferd Ja, weiß ich selber Oh, wir können selber was machen Also das Glücksspielerhut Pirschehut Plantagenhut Glücksspielerhut Abgegriffen Biber Big Valley Hut R2 Mhm Ich glaube, das ist hier Zusatz, ne Äh, Dingens Komm, wir stellen uns mal ein eigenes Outfit zusammen Einmal das Und dann ein Mantel Ein wenig warm Kann mit anderen Warmen, kleinen Stücken zum Schutz vor Kälte Mantel wäre eigentlich gut, ne Wintermantel Warm zu warm für heißes Wetter Revolver Heldenjacke Hier Spock Jagdjacke Ein wenig warm Ein wenig warm Können sie auch einfach selber Hier so ein Mantel ist eigentlich ganz gut Damit haben wir da einen Staubmantel Eine Weste Nö, nö, nö Keine Weste, können wir die auch benennen? Alltagsöhrhemd Französisches Anzughemd Lange Unterwäsche Ja, das Blaue ist glaube ich schon gut Hose Jeans Arbeitshose Gekrempelte Hose Ranchhose Ranchhose ist eigentlich ganz gut, ne Die nehmen wir mal Hosenträger Haben wir nur die Beinschützer Nehmen wir mal die gepfransten So R3 Outfit speichern Ich speichere das eigene Outfit Und Und dann brauchen wir Mann, das können wir ja dann eigentlich für Überfälle nehmen, oder? Das nehmen wir ungefähr runter Das haben wir jetzt gerade an Passt irgendwie der Mantel nicht zu Ist gut für heiße Temperaturen Das ist auf dem Pferd drauf Und dann nehmen wir noch Eins für den Durchschnitt Eins für den Durchschnitt Den verfolgen nehmen wir hier runter Und einen für den Winter würde ich sagen Und zwar den hier So Dann haben wir jetzt Einmal ein gesetzlosen Outfit Einmal unser gespeichertes eigenes Outfit Und für kalte Temperaturen Und dann würde ich sagen Dann nehmen wir das hier Immer für Überfälle Das gesetzlosen Outfit Das passt dann irgendwie so So Du hast keine Outfits für kalte Wetter Doch, habe ich jetzt So, rein theoretisch könnte man sich rasieren Will ich aber gar nicht Hallo Arthur Hallo Guten Tag So, ich würde gerne Jagen gehen, oder so'n Scheiß Ehrlich gesagt Das würde ich so als erstes machen wollen Okay, Abigail Zedling in Gut Ein Pferd Auf dem Pferd Auf dem Pferd ist Mein Hut Revolverheld Winter Eigenes Outfit Chrisys Gesetzloser Und die Maske Anweisung geben zu bleiben Fliehen oder folgen Nehmen uns mit L2 erfasst Wenn es in deine Nähe ist So, ich würde sagen Wir gehen mal Erstmal ein bisschen jagen Wir müssen Nahrung kriegen Ja Dann wollen wir ein bisschen gucken Ob es hier irgendwo was zu pirschen liegt So, hier sind Bahnen gleich Und da hinten ist gezogen Oh Ouh Poor thing Poor thing Come here Come here Some olden Huf Come on Hold still now I need to focus Lord have mercy Hey Need a hand with your horse Hmm Oh shit Das äh lief er jetzt nicht so gut. Rute sich aus und seine Kernhöhren aufgefüllt, ok. Kopfbedeckung. So, dann rüsten wir mal den Bogen aus. Gegenstände, Kopfbedeckung, kann ich auch keine Kopfbedeckung machen? Diese Hut kann nicht gelagert werden und geht verloren, wenn wir ihn am Boden liegen. Ich bin nervös, ich auch. Kopfbedeckung austauschen. So, ich wollte ja jagen gehen. So, das war irgendwo hier hinten gab es ja was. Ich habe das gezuppelt ja gesehen. Guck mal, da hinten ist zum Beispiel ein Hühnchen. Schüsse, die könnten ungewollt aufhören sind halt, bewege dich weiter weg. Okay. Heuten oder aufheben? Okay. Zahn und Kräuter, die du pflückst, werden hier vorgehoben, wenn das Adler aktiv ist. Wie viel kann ich denn noch mein Pferd draufschmeißen? Okay, ein bisschen mehr als das. Moin. Okay, wir haben jetzt einen Hühnchen bei uns dran. Ja, ja, alles klar. Wir müssen ja zumindest mal ein bisschen Getier rankriegen. Sammeln und untersuchen. Mach ich auch. Himbeer. Oh, schön. So, ich versuche mich mal an das Getier hinten raus zu bringen. Ich hoffe, das klappt auch. Ach, ich muss immer wieder neu auswählen. Ist ja doof. Mist. Da hat leider die Ausdauer etwas nachgelassen. Versuchen wir mal die einzuholen. Hier geht um die Ausdauer anzuholen. Oh. Wieder nicht getroffen, das kann doch nicht. Na, meine Ausdauer ist wohl leider leer. Boah, wie schnell geht die Ausdauer denn runter, ey. Das ist ja megamäßig nervig. Die Eigenschaften dieses Krauts sind ja noch nicht bekannt. Hier, Schokolade. So, da ist so ein Vieh. Gar nicht so einfach das jagen. Vor allem wenn die Ausdauer nicht so reicht. Echt schwer. So. Jetzt aber erwischt. Ich hoffe, mein Pferdchen ist in der Nähe. Wahrscheinlich aber nicht. Doch, Roddy hat gehört. Sehr gut, denn ich möchte mich hier gerne noch umsehen. Danach reiten wir zurück ins Camp. Und geben das mal ab. So, ich habe jetzt einen kleinen und einen großen. Und das ist sehr gut. So, jetzt möchte ich mich erstmal hier noch umschauen. Was haben wir denn hier so? Oh, so ein Arsch voll Müll. Untersuchung. Bauwerk. Ölquelle. Dafür gleich eingezeichnet. Wandenersparnisse anzeigen. Äh, was? Ja, hier steht nix. Hier stehen keine Sparnisse. Wie? Hä? Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? So, wir haben jetzt eine alte Ölquelle. Ja, da unten können wir davon irgendwas brauchen, oder mitnehmen? Er legt die Tiere auf deinem Pferd verwiesen bald. Oh ja. Wird gleich bei mir. Entschuldigung. Ich habe mir schon fast gedacht. Ja, das ist, das ist jetzt blöd, ne? Findest du hier natürlich was? Und dann bin ich toter. Die sieht verbirnt aus. Brief der Cornwell. Dokument untersuchen. Mist. Das muss ich nachher gucken. Ich muss erstmal ins Lager zurück. Ganz flugs. Ja. Ja. Ja, ja. Ich weiß. Da war das. Ein bisschen beeilen. Wir haben ja Ausdauer ohne Ende für das Pferdchen. Das ist ja alles gut. Jetzt noch mehr Wild, aber das kann ich jetzt nicht, weil ich kann das nicht alles tragen. Was ist das nicht? Wann kommt das nicht? Woher? 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 Es ist gut, wir geben jetzt Essen ab. so bringe piercen tiere um das lager zu versorgen er kann das fleisch für essen benutzen spenden versorgen kann aber schlecht ist gut das brauch ich gar nicht tragen oder was und jetzt ist es immer noch rot da oben muss ich denn spenden bis das ding mal du hast es vor kurzem antworten ja wer hat hier irgendwas karten wie sie ist ach da kann ich domino spielen ok das hier ablegen müssen nehmen wir flaschen erstmal einen rein löten füllt ausdauer auf sehr gut kann ich mit nehmen ja einfach wegschmeißen wird vielleicht noch erklärt brief army entlassungsschein der US army hiermit wird die unehrenhafte entlassung von marion williamson aus dem militärdienst der vereinigten staaten wegen versuchten mordes und ungehorsams bescheinigt datiert auf den 27 tag im dezember 1892 dies haben offizier colonel harry t oring 15 infanterie da fällt mir da was ein lass mich doch mal kurz ich habe doch dinge gefunden brief brief einer ölgesellschaft an cornwall nein nein oh ja der ist das liebe mr warley es ist äußerst bedauerlich dass sie die diversen und ausgesprochen großzügigen kaufangebote der cornwall kerosin und tierwerk abgelehnt haben mr cornwall hat sich dankenswerterweise bereit erklärt ihnen weitere drei wochen zu geben indem sie ihren standpunkt noch einmal bedenken können wozu wir in stark raten nach dieser zeit sollen sie sich gedanken machen ob ein unternehmen ihre größe finanziell im stande im staate new hanover konkurrenzfähig bleiben und akzeptable preise für den schienentransport anbieten kann wir freuen uns bald von ihnen zu hören und wünschen wie immer bestes gelingen mit allen ihren vorhaben hochachtungsvoll cameron spence vizepräsident kongol kerosin tierwerk den haben wir schon gelesen ja ach so von cornwall alles klar okay dann die wohl die konkurrenz ausgeschaltet ok vielleicht dominos noch gesperrt sich gerade wie man hier unschwer erkennen kann normal wir machen jetzt mal normale karte so einfach ist das erstmal vielleicht hätte ich das auch hier hinlegen müssen irgendwo hier so ich hab jetzt gespendet ich weiß nicht ich kann auch jetzt gerade nicht interagieren hier spenden verbesserung vielleicht sollten wir einfach runter in die stadt wir haben jetzt ein bisschen mit gespendet ja gut dann würde ich sagen gucken wir uns in der nächsten folge dann die stadt an und bis dahin setze ich mir einfach hin und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder und dann gucken wir uns die stadt an und dann gucken wir vielleicht es wird sicherlich noch erklärt wie wir dann das lager ein bisschen ausbauen können und dann würde ich sagen ne warte komm ich mach die karte jetzt wieder kommt das ist ja egal so und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder und bis dahin sage ich vielen dank fürs zuschauen und fürs dabei sein während der arfer hier gleich einschläft und unser pferd ausrastet und bis zur nächsten folge ich bin der mechaniker und ich bin raus und jihau